Tauhid Tauhid Ist ein rituelles Gebet Wenn es in Ordnung war Dann sind auch alle anderen Taten Die er gemacht hat in Ordnung Und wenn es nicht in Ordnung war Dann sind auch alle anderen Taten Die er gemacht hat nicht in Ordnung Und es genügt uns Ebenfalls als Warnung Dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Gesagt hat, dass das Gebet Das wesentliche Merkmal ist Was uns von einem Nichtmuslim unterscheidet Und so sagt er Sallallahu Alaihi Wasallam Der Unterschied zwischen dem Menschen Und dem gläubigen Menschen Und dem Schirk und dem Kufr Ist die Unterlassung des Gebetes Das Gebet, liebe Geschwister Bringt viele Vorteile mit sich Nicht nur, dass du als Gläubiger Erkannt wirst, sondern auch Dieses Gebet hält dich Von Sünden ab So sagte Allah Sinngemäß, weil ich das Gebet Hält von Abscheulichkeiten Und von Verwerflichem ab Und das Gebet war von solch großer Bedeutung Dass unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam In den letzten Momenten seines Lebens Seine Gemeinschaft Dazu aufgerufen hat An diesem Gebet festzuhalten Und darauf zu achten Meine lieben Geschwister Abu Huraira berichtet Radiallahu Anu Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Gesagt hat Stellt euch vor Vor eurer Haustür Wäre ein Fluss In dem ihr jeden Tag Fünfmal täglich In dem ihr jeden Tag Fünfmal Baden würdet Würde irgendetwas von eurem Schmutz Hängen bleiben Sie sagten nein Da sagte er So verhält es sich Mit den fünf Gebeten Allah löscht Dadurch die Sünden Das Gebet Liebe Geschwister Wird am Tag Der Auferstehung Licht sein Durch das du deinen Weg Erkennen wirst Leider erkennen wir Dass immer mehr Menschen Die dem Islam zugeschrieben werden Sich Dieses Gebet nicht achten Vielleicht verrichten sie es Aber sie verrichten es nicht Zum richtigen Zeitpunkt Und das Gebet zum richtigen Zeitpunkt Zu verrichten Ist eine Voraussetzung Für die Gültigkeit des Gebetes So sagte Allah sinngemäß Wahrlich Das Gebet ist den Gläubigen Zu festgesetzten Zeiten Vorgeschrieben worden Und Allah subhanahu wa ta'ala Sagte Hiernach Kamen Leute Die Sich nicht um ihr Gebet Gekümmert haben Ihre Neigungen Ihre Neigungen Gefolgt sind Und so werden sie In Ein Fluss der Hölle Namens Ray Eingehen Die Gelehrten des Tafsir Haben gesagt Dass sie ihre Gebete Vernachlässigt haben Sich um ihre Gebete Nicht gekümmert haben Bedeutet nicht Dass sie Gar nicht gebetet haben Sondern es bedeutet Dass sie ihre Gebete Zu spät Verrichtet haben Das heißt Nachdem die Gebetszeit Bereits ausgelaufen ist Liebe Geschwister Die Voraussetzung Für das Gebet Ist nicht nur Die Uhrzeit Sondern auch Die Reinheit Und so als Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam An einem Grab An zwei Gräbern Vorbeikam Sagt er Diese beiden Werden bestraft Aber nicht Aufgrund einer Sache Die man nicht hätte Vermeiden können Was den einen Von beiden angeht So pflegte er Sich nicht von Seinem Urin Zu reinigen Und die Reinigung Von Unreinheiten Oder sich Reinzuwaschen Von Unreinheiten Ist ebenfalls Eine Voraussetzung Für die Gültigkeit Manche Leute Nehmen die Gebetswaschung Auf die leichte Schulter Als der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam An Leuten Vorbeikam Die ihre Ferse Nicht ordentlich Gewaschen haben Sodass ein Teil Der Ferse Kein Wasser Abbekommen hat Da sagte er Wehe den Fersen Vor dem Höllenfeuer Und das sagte er Dreimal Auf die heutige Zeit Übertragen Und wir wissen ja auch Dass die Kleidung Voraussetzung ist Für die Gültigkeit Des Gebetes Deine Aura Deine Schamteile Müssen bedeckt werden Leider Armen Manche Muslime Heutzutage Anderen nach Wodurch sie zum Beispiel Hosen tragen Die geöffnet sind Das heißt Die Schlitze haben Die Löcher haben Wodurch die Aura Sichtbar wird Und dadurch Ist ihr Gebet ungültig Und Allah Subhanahu wa ta'ala Sagt ja zusätzlich Dass wir Wenn wir uns In die Moscheen Begeben Sollen wir uns Ordentlich kleiden Anständig kleiden Wie kann jemand Vor seinem Herrn Im Gebet stehen Als Gast In seinem Haus sein Und nicht ordentlich Gekleidet sein Sogar seine Aura Allah Subhanahu wa ta'ala Zu zeigen Oder ähnliches Machen sie Mit Haarschnitten Alles Dinge Durch die Ein Mensch Sich selbst Leider Erniedrigt Kommen wir Zum Gebet An sich zurück Dort ist auch Eine Problematik Dass manche Leute Ihr Gebet Einfach Zu hastig Verrichten Sie lassen sich Keine Zeit Das gilt Sowohl für Imame Als auch für Diejenigen Die hinter den Imamen beten Oder alleine beten Als der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam Einmal jemanden sah Dass er In verschiedenen Positionen Nicht zur Ruhe gekommen ist Sagte er zu ihm Bete nochmal Denn du hast nicht gebetet Und das machte er insgesamt Dreimal Warum? Weil es gibt manche Leute Jedes Mal Wenn sie in eine Position kommen Die Verbeugung Oder sich aufrecht hinstellen Oder sich niederwerfen Sie machen das so schnell Dass sie in den einzelnen Positionen Nicht kurz zur Ruhe kommen Und wenn sie in den Zujud gehen Machen sie das wie ein Rabe Oder wie ein Hahn Der etwas aufpicken will All dies Liebe Geschwister Führt zur Ungültigkeit Des Gebetes Deswegen sei man davor Strengstens gewarnt Speziell Das Freitagsgebet Das Freitagsgebet Liebe Geschwister Nimmt eine besondere Stellung In unserer Religion ein Nicht nur Dass es Als Ersatz Für das Pflichtgebet Das Wohrgebet Stattfindet Nein Sogar sagte der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Sprach dafür Besondere Warnung aus Er sagt in einer Überlieferung Wer das Freitagsgebet Dreimal hintereinander Grundlos Aus Leichtsinnigkeit Unterlässt Dem versiegelt Allah Sein Herz In einer anderen Überlieferung Sagt der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Ihr sollt aufhören Die Freitagsgebete Zu unterlassen Oder Allah Wird eure Herzen Versiegeln Und dann werdet ihr Zu den Unachtsamen Gehören Und Abdullah ibn Abbas Möge Allah mit ihm Sein Vater zufrieden sein Sagte Wer das Freitagsgebet Dreimal hintereinander Unterlässt Der hat den Islam Hinter seinen Rücken Geworfen Meine lieben Geschwister Aber nicht nur Die Unterlassung Des Freitagsgebetes Ist ein Problem Sondern leider Manche Leute Verfallen auch Dem folgenden Hadith Des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Dem er sagte Wenn du zu deinem Nachbarn Während der Der Imam am Freitag Predigt Sagst Sei ruhig Dann hast du schon Geschwätzt Das heißt Du hast schon etwas Gemacht Was du nicht machen darfst Während dem Freitagsgebet Und in einer anderen Überlieferung Sagt er Dass wenn man Sogar die Kieselsteine In der Moschee Mit denen spielt Dann ebenfalls Ist das Wie wenn man geschwätzt hätte Und das bedeutet Liebe Geschwister Dass man nichts von seinem Freitagsgebet hat Und übertragen auf die heutige Zeit Manche Leute Während der Freitagspredigt Spielen mit ihrem Handy Andere Reden Weil sie außerhalb der Moschee sind Denken sie Sie müssen dem Prediger nicht zuhören Und sie unterhalten sich Und andere Leute Spielen mit dem Teppich Und so weiter Und so fort Abu Darda Möge Allah mit ihm zufrieden sein Saß einmal Neben Ubay ibn Kaab